Hallo, guten Morgen, guten Wetter, guten Abend, gute Nacht zu einer neuen Folge von... Was? Ne. Von, äh, ja, Mad Max. Der lässt uns in Ruhe, der lässt uns in Ruhe. So, wir rollen mir noch ein bisschen... bisschen die ganzen Vogelscheuchen weg, um den Einfluss ein bisschen zu verringern. Äh, Peng. Kann ich nicht? Hallo? Wie geht nicht, muss ich da dran sein? Ja. Hallo? Manchmal... Da oben. Gut. Was? Zusammen gedengelt. Zehn Schrott. Wow. Das ist jetzt an sich gelohnt. Ähm, jetzt gucken wir... Wo können wir noch was wegräumen? Ah, hier ist ein Suchbereich. Ja, gehen wir da noch hin? Vielleicht finden wir noch was Schickes. Ja. Ich klinke immer falsch rum. Ja. 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 Ja, da oben. Ja. Ja, da oben. Da oben. Ja. Ja. Ja, da oben. da so geht es aber nicht hier ja darf ich mal nein ich will hier so den kann man auch noch wegziehen so machen wir doch das komische Lager vorne weg darf ich mal es gibt ja kein gas mehr wenn ich schiff da bleibt er stehen schleift ein bisschen hinter uns her das hilft auch nicht wirklich was ist denn dieses Schiff so dann fahrt weg wenn er bessere sachen zu tun hier schreibt du mal genau eigentlich schon komm es geht relativ simpel ja kann du bist schon ein bisschen Ich höre komisches Geschrei. Ich höre, ich höre, ich höre. Ich höre, ich höre. Ich höre. Der Öofen. Ich habe ein bisschen Wasser getrunken mit morgen. Sag mal. Nein. Hallo. Was denn? Ich will den Zap... Na egal. Ich drücke E. Ich drücke E. Danke. Okay. Und was ist das da? Das ist auch nur eine... Na ja, okay. Stock. Hm. Das ist natürlich immer gut. Ähm... Ja gut, das bringt jetzt aus. Was denn? Jetzt war es ja einer da, oder wie? Moment. Ich komme gleich. Bin noch kurz beschäftigt. Was denn? Das ist... So. So. Yep. Wow. Ah, komm. So. So, this is where it ends. At the hands of a crazy eyed road warrior spatter, blood of my brethren. So, what do you say you just let me go then? Hmm. Ich würde ja gerne, aber, äh. Und, äh, der Low. Ja, wie kann... Wo kann ich dich denn? Kannst du mich da oben machen? Ja, ja. Und zwar nicht mehr lange. So. Noch jemand hier oben? Schön. Was ist das da? Essen. Äh... Brauch's eigentlich gerade nicht. Ich werde mir unten noch ein bisschen Wasser holen. Wieso, wie viel Sprit liegt hier rum, hä? Ach, diese... Ach, nicht fallen lassen. Nein, nicht fallen lassen. Himmel. Ja. 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 Ich werde mal rutschen. Ja. Ja, ich werde mal rutschen. Oh, was ist das? Ich weiß nicht, aber ich will nur Schrott. Äh, okay. Ich kann in der Festung von Jeet einen Ölbrunnen bauen. Äh, ich weiß nicht so ganz, was mir das dann so bringt. Aber ich würde sagen, das probieren wir dann gleich mal. Wenn wir hier alles gecleared haben. Ist jetzt hier eigentlich noch irgendwie jemand? Oder gehört mir das jetzt endlich mal? Nee. Störe die Ölpumpe. Okay. Jetzt muss man sich auch über... Hä? Warte mal, da ist... Da läuft ein Generator. Da. Okay. Hätte ich die vielleicht da oben aktivieren sollen, indem ich da einmal runterklettere? Ja, hätte ich. Ähm... Ähm... Jetzt füllen wir unsere Fläschchen nochmal komplett auf. Sonst geht es uns ja eigentlich einigermaßen gut. Dann... Wo soll denn... Ach... Ah... Ah... Ah, okay. Okay. Benötige Explosionen. Ja, das kriegen wir hin. Hier lag doch irgendwo Spirit rum. Hier. Ja. Äh... 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 Seid ihr der einzigste? Äh... 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 Ist da auch noch lang? Ist da auch noch lang? Ah... Das ist noch nix. Die letzte Insignie. Hehehe... Schickwetschi. Und nett hier. Schön mit Couch. Äh... Okay. Ist besetzt. Was? Äh... Äh... Dorten gibt's irgendwo Sprit? Wahrscheinlich schon. Ähm... Äh... 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 Pfff... Ich dachte... Ich hätte ein Dachschneid mich hier festgebackt. Okay. Das war nur Srot. Ah... Da ist Sprit. Da ist Sprit. Äh... Nehmen. Dankeschön. Äh... Wieso eigentlich kaputt machen? Ich meine, die können wir doch nutzen. Das gibt doch hier... Dein Sprit ohne Ende. Äh... 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 Sehr gut. Das Lager ist nun für... Verbündeten. Besetzt. Dann würde ich sagen, wir fahren mal zu Yeet. Oder... Jeet. Oder... Äh... Hallo. Boah, das ist ja sowas von Buggy. Äh... Wieso komme ich da nicht hin? Ah, jetzt komme ich da durch. Sonst gab es hier, glaube ich, nichts, ne? Ja. So, dann rennen wir hier mal raus. Wenn wir hier in der Spitze hängen bleiben. Oh, ah! Juhu! Ah, das sind die Verbündeten. Sehr gut. Moin, Leute! Gern geschehen. Naja. Was ist das? Da steht einfach aus dem Auto rum. Oh ja. Schick. Na gut. So, hier unser Opus. Ist wieder repariert. Nein, aber die Ölpumpe. Ölcremes Ölpumpe. Ja, wir gehen jetzt nochmal zu Jeet. Ist er das eigentlich schon? Ja, stimmt. Mit dem alten Leuchten bist du ja schon. Stimmt, ja. Oh. So, genau. Richte mich nicht so auf, ich mache, ich versuche hier irgendwie ein Ölpumpe anzubauen. zum bauern kann ich das denn überhaupt dann muss es doch hier irgendwie anbringen können es sieht jetzt auf den ersten blick nicht so aus jetzt kein sammelstück kann ich hier kann ich auch kann ich doch irgendwie auf auf den munitionsgürtel kann ich nisch mittellange haare mit bart ausgerüstet klamotten ja da muss ich mit der geschichte natürlich vorangehen eine verbesserung für schrotflinte gibt es auch noch nichts was ist denn hier fertig fertigkeiten was ist das da bauchschuss wir haben genug munitionen dann können wir darüber reden also werkzeuge haben wir alles jetzt das jetzt aber kit in der weit schieße wird jetzt schnell nachladen und wir werden von allen schändern gefürchtet werden 200 sachen also ein bisschen neuer schneller nachladen nach der zeit der brune ist mir eigentlich auch wurscht donnerstädte habe ich noch nicht seitebrenner an die von feuerzeugen aberturgeschwindigkeit auch noch nichts was das hier körper rosseri alles durch klicken muss das ist ein bisschen ich weiß tier tier schwarz lackierung ja das machen wir ja sieht gut aus kostet nischt gut ähm beziehungen ich würde gerne wissen wie sieht es denn aus kolben schlacht schlachten brandmal ich weiß auch mal ist das vielleicht weiß ne sieht aus wie gold voller pimp rammgitter ah was haben wir hier ah kampfeisen das macht eine rammgitter was das fahrverhalten verbessert und die beschleunigung muss man nicht verstehen oder gute rammgitter das könnte man wirklich machen Panzer gibt es noch nicht el motor haben wir schon vor 6 schon relativ weit vor 6 ab Motor haben wir noch nicht auspüff das ist alles so teuer mit 300 sachen hier immer wichtig aufhärung haben wir auch schon booster von hat paranito booster helgen ah 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 die reißerfelge ja das ist eigentlich ganz das mache ich mal ah ja genau weil dann ein bisschen passiv schaden die ganze zeit ähm na gut das ist schon erledigt aber ich würde trotzdem gerne wissen warum und wo ich jetzt diesen komischen ich hab kein Inventar oder? nein ich hab kein Inventar aber das ist auch kein kampf bodenkampf teil essenz langlebigkeit und muss ich die äh liefere griffa 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 zeichen max fähigkeiten so wie es sein äh okay ich habe 15 stück aber ich muss da griffa ist griffa dieser komische freak oder äh 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 fahr wieder mal raus fahr wieder mal raus das sehe ich aus wie äh äh weil der Pimp hier äh ich bin immer noch etwas laut sein ähm wuh 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 Bauprojekte Ölbrunnen kann gebaut werden und wo kann ich den bitte bauen und wo kann ich den bitte bauen ist so ein komischer äh äh oder ist er das mit dem Türmchen auf der Karte ja das ist er hallo ich möchte hier bauen eine Ölpumpe was denn das gibt doch irgendwie eine Möglichkeit ja das ist schön würdig gibt doch irgendwie eine Möglichkeit das Ding hier hinzubauen und es kann kein ja ne Jumbug bräuchten wir auch nicht Jumbug mit den Typen kann man auch nicht reden Hä Bauprojekte Ich blick's nicht Kann ich hier vielleicht irgendwas gucken wer ist denn der ja das ist dieser Kriffa genau spricht mit griffe an Nutzer griffe zeichnet vielleicht sollte ich mal den nächsten mal besuchen das war glaube ich nicht so schlecht aber ich würde ganz gerne mal Missionen Begegnungen Tutorials heute Standort Info Nahrung Wasser Werkzeuge Burdenkampf das Ödland Ölpumpe ja Fahrzeug Missionen Festungen Haupt nein ja Info Begegnungen ja wo ist denn denn Bauprojekte das ist ja hier Flammenrohre Boden Kampf Throt Ressourcen ja auch hinten Herausforderungen Max Verbesserungen ja das ist klar mit dem griffen ja das ist klar mit dem griffen Rutsche Karte Hilfe Hilfe Ich würde sagen schreibt es mal in die Kommentare es ist Monate bis diese Folge wieder mal irgendwie erscheinen wird doch immer noch relativ viel im petto Hängende Fallentore Suchbereiche Fraktion Skrotus 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 Klytus 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 so ja da würde ich mal sagen machen wir eine kleine Aufnahme Pause und ähm sehen uns einfach in der nächsten ich guck echt mal da muss ich mal recherchieren also macht's gut bis zum nächsten Mal Ciao